Die Chance zur Führung. Sie liegen vorne und das ist natürlich absolut verdient. Ja, muss man nur auf den Spielverlauf gucken, das passt. Man hat es im Vorfeld schon stärker eingeschätzt und das bestätigen Sie hier. Gute Lange. Wird's jetzt? Guter Pass. Und jetzt die Chance. Verräger! Das Tor wird erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt das Spiel aufziehen. Er ist da noch dran, aber es reicht nicht mehr. Jetzt vielleicht. Verräger! Und Tor! Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Drei Tore in einem Spiel. Ich glaube, Buschi, der Spieler des Spiels... ...oder Falser. Und jetzt die Chance. Ich glaube, mit diesem Tor ist er der genauer Punkt dieser Partie, oder? Ja, es sei denn, Wolf, wir erleben noch einen guten Tag. Und dann trifft er schon wieder. Wahnsinn! Bei ihm klappt heute einfach alles. Gute Aktion. Sehr gut ist er. Und er passt! Super Kopfball! Das Tor hat er richtig gut gemacht. Sieht man hier auch nochmal in der Wiederholung. Den macht er gut mit dem Kopf. Er springt im richtigen Moment hoch und macht den Ball rein. Und jetzt ein Schuss! Es trifft den Pfosten! Es gibt noch zwei Minuten oben drauf. Vielleicht die Chance jetzt! Was für ein Tor, Buschi! Da hat wirklich alles gestimmt. War schon in der Entstehung abzusehen, dass der reingehen wird. Technisch perfekt. Brillant. Geben zu hoch! Willst du hoch! Willst du hoch imcle? иров Dee hoch! Was hat das Shunakukan?